Wir erreichen unsere Schüler mit den Mitteln der Musik und viele von denen haben echt die Kurve geregt. Unser Beat ist eine universelle Sprache, die Menschen zusammenregen. Ich knüpfe Verbindungen mit Menschen, die frei sind und immer in Bewegung, die nicht nur reden, sondern auch was machen und sagen, so, ich pack das jetzt an. Ich zieh durch mein Quartier, kehre ein und kehre wieder. Du riechst nach Asphalt, Teer und Meer. Hamburg ist meine Stadt. Ich wünsche mir, dass Clean Up Munich in den Köpfen der Menschen was bewegt. Und es ist total wichtig, einfach anzufangen, einfach zu machen. Das, was man kann. Das ist der beste.